Na gut, ich könnte das jeden Tag machen. Kannst du mal aufhören? Ich glaube, es hackt. Mann, das Ding ist schnell. Ich kenne dich nicht von irgendwoher? Ich weiß nicht, vielleicht. Du warst in der Lagerung, nicht wahr? Ja, sicher. Du musst da hinten jetzt vielleicht mal den Schraubschlüssel nehmen. Entschuldigung, dass ich meine Arbeit mache. Es ist ja nicht so schlimm. Ich habe nur gefragt. Du wirst hier in der Werkstatt machen. Das ist ein Teildetektor. Ein Teildetektor? Ein Teildetektor. Das ist ein guter Job hier, ich sehe. Danke. Sind wir hier fertig? Aber guck mal hier unten vielleicht. Das könnte sinnvoll sein. So, guck mal auf die andere Seite. Nice saw. Ich bin durch. Ja du ja, ich halt nicht. Kannst du mir vielleicht jetzt den Schraubschlussler durchgehen? Ach du bist hier? Ja. Kannst du das zusammenkommen? Kannst du das zusammenkommen? Wir können diesen Hatch nutzen. So. Ja. Ja. Hallo? Das ist ein schönes Werkzeug, das du da hast. Dieser? Das ist ein verdammterer. Der schönste ist immer noch nicht verloren. Was sagst du? Die Werkzeuge gehen hier aus? Nein. Naja, jemand hilft ihnen. At least zweit pro Woche. Es ist so leicht, oder? Ich habe nie gesagt, es war einfach. Es war ziemlich leicht eigentlich, oder? Kann ich eigentlich auch gehen. Tschau, ich bin fertig. Ich bin wieder weg. Ich bin weg. Leo. Geh dann zur anderen Seite und geh dann raus. Tsss. Ähm. Hä? Warum? Nur auf der andere Seite hier. Ich weiß gar nicht wo du bist. Ein Stückchen weiter. Hier hoch? Hallo. Andere Seite. Hey. War nicht aufwendig. Tag, darf ich auch? Geil. Oh ja. Alright. La 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 la. Alright. Ich glaube du hast vier. Nicht dass der mich auch noch untersucht. Hey. Hola. Sie haben eigentlich etwas hier verpasst. La la la. Du, Achtung, Waffen. Naja. Ja. Guards. Es ist ein Problem. Was ist es? Lass mich dir zeigen. Lass mich dir zeigen. Es ist hier. Ist es dein Ernst? Was ist passiert? Es ist ein Problem. Sie kämpfen. Los geht's. Alles klar. Los geht's. Los geht's. Hm. Die werden sauer sein, wenn die wiederkommen. Ähm. Hast du dir jemanden bestellt? Sag mal. Oh. Die suchen die Zellen. Das ist ja nichts. Inseide. Go. Ich kriege mal weg. Shake down. Up against the bars inmate. Did you hear me? I said up against the bars. Hm. Scheiße. Das ist der Direktor. Wir geben. Wir geben. Alter meine Pornos. Muss das jetzt irgendwo verstecken. Nein. Ich kann es hier nicht heilen. Come on! Arms up! Stay over there! Bisschen blöd sind sie schon, oder? Oh, noch ein bisschen blöd. Na, hallo, hallo. Hältst du? Hä? Hältst du? Klar. Bruder geht vor Luder. Linda, ich habe einen Plan, um hier rauszukommen. Gut. Was kann ich tun? Keine Angst. Ich habe jemanden, um mich zu helfen. Wer ist das? Er ist Vincent. Er ist gut. Er ist gut. Er ist sicher? Ich meine, wir beide denken, dass wir uns zu glauben haben, Harvey. Aber dieser Mann will ihn nicht mehr so viel wie ich mache. Was? Warum? Ich weiß noch nicht, aber ich werde herausfinden. Okay. So, wie ist Alex? Well, es ist sechs Monate. Er erinnert seinen Vater. Scheiße. Ich mag ihn, Linda. Er hat er herausgefunden? Nein, nein, hör mal. Es ist gut. Er glaubt, dass du in Italien helfen kannst. Er hat einen guten Tag, Herr. Gut. Er hat einen Problem von Harvey? Es geht nicht um das. Er wird uns nicht finden. Und du sicher? Ja. Ich habe einen neuen Ort. Wir sollten uns jetzt sicher sein. für heute. Der Mann. Baby, Baby, hör mal. Wir werden durch das. Wir müssen nur aufhören. Warum wirst du noch warten? Niemand kommt für dich. Vielleicht hat sie nur die Busse verloren. Ich warte noch mehr. Keine mehr Besucher kommen heute. Willst du eine Telefonnummer? Oder willst du zurück nach dir? Ich möchte eine Telefonnummer, Herr. Wir gehen. Ja? Carole. Warum nicht du hier bist? Weil ich nach Hause bin, erwartet unser Baby. Bitte. Wir haben darüber gesprochen. Nein. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Du bist in prison. Ich werde bald wieder raus. Hör auf dich, Vincent. Das ist nicht jemand, du bist. Ist das, wie du willst, dein Kind der Zukunft zu erinnern? Nein. Aber ich muss sich um die Situation des Harvey. Carole. Du kennst, er hat Gary getötet. Er war meine Familie. mein eigener Bruder. Ich weiß, dass du ihn vermisst. Aber du kannst ihn zurückbringen. Du wirst dich einfach getötet. Bitte. Du wirst das machen. Ich kann nicht glauben, dass du das machst. Hallo? Hallo? Ne dramatischste Situation... Hehehe. 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 Wo? Wo? Wollen wir dao? Hehehe. Hehehe. Das klappt doch eh nicht. Du hast die Wrenge? Ja. Nichts, okay? Bist du mich? Du denkst, ich werde das wiederholen? Ich hoffe, dass wir nicht mehr haben. Wir müssen. Es gibt nichts zu hoffen. Es ist nicht passiert. Hm. Um, was? Ja. 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 Ich weiß nicht, was wir machen lassen. Und hier. Ja. 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 Was? Was? Geh da wieder hin? Alter! Warte, ich komm! Kommen wir hier nicht weiter, oder was? Hey Leo, komm hier! Oh, verdammt! Wir müssen diese Tür öffnen! Okay, auf drei! Eins, zwei, drei! Warte, warte, warte! Doppelmeco! Es ist Zeit, um den Türen zu machen! Okay, okay, sicher! Das ist ein Dorn. Das ist ein Dorn. Es ist ein Dorn. Es ist ein Dorn. Ein paar mehr so. Oh, ich liebe Tiki, Dornay. Betty okay? Sie ist gut. Easy. Kein Problem? Ich hasse solche Spiele eigentlich. Muss schalten, was? Wenn er zurückkommt, hast du ein Problem. Over there! Through the wardens office. Leo! Over here! verlief auf. Richard! Kommen wir mal? Woh, Herr ist das sehr wichtig? Kommen wir mal, Mann. Ist das wirklich notwendig? Woh, Herr klatsch! Komm! Herr, hey! Was ist hier? Das ist der einzige Ort, die ich nicht mehr will. Das ist bestimmt. Es gibt viel da. Wir müssen sich darauf achten. Habe ich gesehen, dass du da Karsten's show lest? Nein. Wie ist es? Great. Wer war ich? Wer waren die Gast? Ich kann nicht erinnern, ich muss mich zu sein. Ich bin nicht zu sein. Du bist nur zu essen. Ich glaube ein bisschen andersrum. Ist das auf? Die Tür oder? Ich glaub ich weiß Da ist ein Telefon Schau mal fix Willst du da weggehen? Wenn der denn hier herkommt Ich denk's Mal hier hin Achtung Das war's jetzt Ich hab keine Ahnung Office Tja keine Ahnung Ach Sag mal Alter Alter Na klasse Wie machen wir das jetzt? Die beide ausschalten? Ja viel wahrscheinlich sogar ne Das war's Das war's Das war's Das war's Ich weiß noch nicht, wo das Licht hinleuchtet, du. Man sieht das. Alter. Aber noch ein bisschen runter. Warte, das Licht ist gerade. Immer noch? Und bitte? Shit. Du hast mich weggedrückt. Okay. Weg. Alter, weg da. Ich sehe das so schlecht. Lauf, 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 weg, 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 weg. Du besser die Suche jetzt. Alter. Die Steuerung ist wie ein Arsch hier, ohne Witz. Warte doch mal. Warte bitte kurz. Die Steuerung ist echt für ein Arsch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.